Gut, hier kann man eh nichts mitgehen lassen. Das wäre alles geklaut. Gut, dann halt nicht. So, jetzt müsste es aber doch da hinten. Startplattform. Ah, okay. Hier müssten wir doch jetzt auf der Gegenseite rauskommen. Hetze ich. Genau. Hm. Besuchspolitik. An alle Repcon-Mitarbeiter von Steve Reynolds. Hallo zusammen. Bitte warten Sie, dass dies eine private gesicherte Einrichtung ist. Familienmitglieder dürfen unter keinen Umständen über den Empfangsbereich hinaus. Sollten Sie Touristen in der Nähe der Einrichtung sehen, schicken Sie sie bitte ins Gebäude der Firmenleitung. Falls Sie innerhalb des Gebäudes nicht autorisierten Mitarbeitern begegnen, verständigen Sie bitte umgehend die Sicherheit. Sie wissen ja, nur Sie können Wirtschaftsspionage verhindern. Steve. Und dafür bin ich jetzt hier? Ah. Nö. Jetzt soll ich wieder in die Forschungslabore. Dammt. Ähm. Aus dem Keller loswerden. Das heißt da vorne irgendwo. Oh. 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 So. Wenn ich mich nicht richtig... Also, wenn ich mich richtig erinnere... Ich rühre mich nicht vom Fleck. Sollte ich das hier machen? Dunkel hier drin. Wenn Sie ein Zielfernrohr verwenden wollen, spähe ich für Sie. Damit Sie auch treffen. Und dann mache ich mal folgendes. Hm. Wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere... Na, war das schon hier unten? War das so schnell? Gute Sache. Entler? Entler? Wir haben einen Besucher? Er, ein Attentäter. Ich sage, töten Entler. Zur Sicherheit. Hä? Äh. Okay Entler. Ich frage. Hallo Mensch. Was willst du hier? Äh. Hm. Ist mit dir alles okay? Du klingst etwas seltsam. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und befehlige Truppen. Entler leitet mich. So wie ich meine Sippe leite. Und Nero war mal Kaiser Roms, aber der hat es doch auch abgefackelt, oder nicht? Ähm. Ich bin wegen der Gule von oben gekommen. Warte, nee. Erstmal. Wer ist Entler? Wer ist Entler? Wer ist Entler? Entler. Der Mensch fragt nach dir. Was soll ich sagen? Gut. Ja. Natürlich. Nicht wichtig für dich, wer Entler ist. Entler will, dass du mit mir redest. Äh. Rum pum pum pum. Rum pum pum pum. Und mit wem genau habe ich es hier eigentlich zu tun? Genau. Stell dich doch mal vor. Ich? Ich diene Entler. Aber Vorentler? Hm. Früher Käpt'n. Nachname Davison. Vorname vergessen. Habe Nachtvolktruppe befehligt. Elite-Truppe des Meisters. Große Ehre. Sehr stolz. Irgendwas dann passiert. Wir in Wüste gewandert. Leben ohne Meister. Hart. Verstand der anderen wurde komisch. Verrückt. Aber dann? Ich neuen Meister für uns gefunden. Entler gefunden. Seit damals alles gut laufen. Aha. Dass diese Option mittendrin ist und nicht ganz unten, macht mich irgendwie ein bisschen kirre. Äh. Ist Entler dieser Brahmin-Schädel dort drüben? Schluss jetzt, Mensch. Letzte Warnung. Okay. Äh. Ich bin wegen der Ghule oben gekommen. Ein Mensch, der mit Ghulen befreundet ist? Verdächtig. Du meinst die, die oben sind? Entler hat Sprechanlage benutzt und ihnen befohlen, dort zu bleiben. Aber sie wollen trotzdem runterkommen? Das kann ich nicht zulassen. Meine Sippschaft ist nicht richtig im Kopf, so wie ich. Greifen dich sofort an. Ghule auch. Sind verrückt. Deine Ghul-Freunde müssen warten, bis du gefunden hast, weshalb Entler uns hergebracht hat. Äh. Okay. Er hat letzte Warnung gesagt. Ich glaube, wenn ich das hier sage, dann wird er feindselig. Also lass ich's mal. Vielleicht kann ich helfen. Gut. Entler hat uns nicht umsonst hierher geführt. Warum gleich nochmal, Entler? Genau. Stück Papier. Rechnung von Lieferung. Viele hundert Stealth Boys vor langer Zeit hierher geschickt. Aber Stealth Boys müssen in Raum sein, wir noch nicht durchsucht Raum, den nicht durchsuchen können. Ähm. Theoretisch, ja. Entler uns wegen hunderte Stealth Boys hierher geführt, Mensch. Entler denkt groß. Entler ist groß. Entler uns nicht hierher gebracht wegen paar Stealth Boys von mickriger Mensch. Du darfst endlich begreifen. Ernsthaft? Das ist jetzt... Jetzt kann ich... Alter. Nein. Mach was Entler sagt. Oder spüre sein. Was soll ich tun? Habe dir schon gesagt, Entler will, dass Nachtvolk alle Stealth Boys in schlechtem Raum lagert. Raum mit Ghoul. Ah, hier wollte ich wieder hin. Ähm, warum kannst du den letzten Raum nicht durchsuchen? Ein Ghoul. Aber nicht Macho Ghoul wie andere. Dieser Ghoul, stark. Ich geglaubt, Entler mir befohlen, Sippe in diesen Raum schicken. Aber drei gestorben. Ghoul Meisterschütze und stellt Fallen. Aber ich mich verhört und Entler falsch verstanden. Habe die Tür versperrt, damit Sippe draußen bleibt und gewartet, was Entler befiehlt. Dann du gekommen. Entler sagt, du bist die Lösung. Hm. Ich werde das Stealth Boy Lager für dich suchen, wenn deine Sippschaft diesen Ort verlässt. Ja. Entler sagt, wir hier verschwinden, sobald Stealth Boys haben. Ich gebe dir Schlüssel. Entler mir befohlen, Tür zu versperren. Ghoul rechnet nicht mit Menschen. Schießt vielleicht nicht auf dich. Vielleicht doch. Wir sind immer noch alle feindlich. Das heißt, ich werde weiter rumschleichen. rumschleichen müssen. Komm und holst dir, du großes Dummes. Hey, sie sind ja keins von diesen Dingern da draußen. Wer zum Teufel sind sie? Jason hat mich runtergeschickt, damit ich mich mit den Dämonen, damit ich mit den Dämonen aufräume. Und er hat ihnen sicher erzählt, dass es der Wille des Schöpfers ist, dass sie ihren Arsch riskieren und nicht er seinen. Stimmt's? Dann mal viel Glück dabei. Ich würde ja helfen, aber nein, danke. Ich sehe zwar aus wie eine Leiche, bevorzuge, aber das Leben. Sie sehen nicht wie die anderen Ghoule von Brides Gruppe aus. Das verrät wohl die Kleidung, was? Ich mochte diesen religiösen Mumpitz mit Roben und so weiter noch nie. Aber im Ödland ist es langweilig, klar? Und ich brauche wohl nicht erwähnen, dass es in Brides Gruppe ein paar ultrascharfe Ghouletten gibt. Ähm, oder vielleicht sollte ich das doch wie dem auch sei. Ich half ihnen und sie versorgten mich mit Munition und angenehmer Gesellschaft. Sieht ganz danach aus, als ob ich sie töten muss? Wieso das denn? Und ich habe übrigens nur eine Ghoulette gesehen. Also, ne? Oh Gott. Die Arme. Die Schlumpfine. Das... Na, egal. Wie sind sie in diese Falle geraten? Harland, der Name. Freut mich, sie kennenzulernen. Um es zusammenzufassen, ich begleitete einige Leute zur Arbeit hierunter, als diese Dinger plötzlich angriffen. Der Großteil des Kampfes fand oben statt, aber einige Leute gerieten in Panik und rannten in Richtung Keller. Wie sich herausstellte, waren da unten noch mehr dieser Bieste als oben. Also ging die Sache schnell in die Hose. Ich konnte die anderen nicht finden, also zog ich mich in diesen Raum zurück und richtete eine nette kleine Todeszone ein. Ende der Geschichte. Äh, wie konnten sie überleben? Bin nicht empfindlich. Red Kakerlakenfleisch als Proteinzufuhr, Kondenswasser von den Rohren und mein Geschäft verrichte ich in der anderen Ecke. Aber gemütlich ist es nicht unbedingt. Aber schlafen muss man doch auch mal. Wer hält dann Wache? Ähm, wie kann ich helfen, sie aus diesem Raum rauszuholen? Ha! Sie sind aber wirklich höflich. Wenn es nur um uns beide ginge, würde ich ihnen ja Folge leisten. Aber da ist noch etwas. Als diese Mutanten-Bastarde angriffen, war eine Freundin bei mir. Sie geriet in Panik und floh in die falsche Richtung. Tiefer in den Keller. Sie ist wohl tot, aber ich werde erst gehen, wenn ich Gewissheit habe. Ich hätte auch selbst gesucht, aber ich würde dort keine Minute überleben. Sie dagegen scheinen mir ziemlich robust. Finden Sie meine Freundin und ich mache den Weg frei. Ich werde versuchen, Ihre Freundin zu finden. Danke. Lassen Sie mich wissen, was Sie herausfinden. Hoffentlich geht es ihr gut. Ach, jetzt kommt eine blöde Aufgabe. Denn ich bin nicht sehr gut im Schleichen. Und genau das müssen wir jetzt machen. Und die sind uns alle noch feindlich gesinnt. Gesonnen? Die sind uns feindlich gesonnen, ne? Moment mal. Optional, Harland, äh, Harlands vom Nachtvolk entführte Freundin finden, den nahen Raum nach der Hand. Ja, finden wir erst mal die Freundin. Mir wird eine Anzeige guttun, damit ich weiß, wie lange der Stealthboy noch hält. Er ist leider der einzige Freundliche hier. Wenn mich der Rest in die Finger kriegt, dann muss ich auf die schießen. Und wenn das passiert, wird er auch nicht mehr, oder dann wird er auch feindselig. Was bedeutet, dass ich, wo ist jetzt hier denn lang? Ganz woanders hin, oder? Was bedeutet, dass ich auf die schießen muss? Oder, was bedeutet, dass auch die auf mich auf... Ach, Mann, ja, dass Davison mir auch feindlich gesinnt wird. Gut, hier geht's nicht lang. Deswegen war's ganz gut, dass wir eben die Stealthboys gefunden haben. Was nicht gut ist, dass wir... Ist... Was nicht gut ist, ist, dass wir nicht bis jetzt auf den Schleichenskill geskillt haben. Mein Gott, deutsche Sprache ist manchmal durchaus schwierig. Schleichen Sie ist tiefer in den Keller gerannt. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Ach, das ist doch der... Oder? Der Marker dafür. Dann ist sie wohl doch irgendwo hier. Gott, ich hasse Schleichen. Aber eigentlich ist das echt saugut. Also, die Art und Weise, wie das gemacht ist, dass wir hier halt die nicht töten dürfen, weil die halt nicht alle ganz richtig im Kopf sind. Und wenn wir eine freundliche Lösung haben wollen, müssen wir halt gerade uns an denen vorbeischleichen. Was mich überhaupt nicht gut findet, ist, dass die hier anscheinend rumrennen. Und dieses Ganze, dieses... Als ob sie uns entdeckt hätten. Das kann ich absolut nicht ab. Der Stealth-Boy dürfte gleich auch nachlassen. Toll, dafür brauche ich einen Schlüssel. Das finde ich nicht gut. Hier ist nichts. Aber ich könnte schwören, hier war sie doch, oder? Hier müsste sie doch sein. Das sieht doch so nach Käfig aus. Das Ding ist Schlüssel. Sehr schön. Aber das heißt jetzt, dass wir wieder zurück müssen. Geh weg, du Chupacabra. Na toll, und gleich dürfen wir auch den ganzen Weg nochmal zurück. Vielleicht hätten wir doch erstmal die Stealth-Boys suchen sollen. Damit die hier verschwinden. Oh. Cool Prisoner. Cool Prisoner. Komisch, und ich dachte, Super-Mutanten tun den... Jetzt lag ich zu! Was? Ein Stealth-Boy ist doch gar nicht abgelaufen. Ernsthaft? Oder habe ich nicht gemerkt, dass der Stealth-Boy abgelaufen ist. So, jetzt muss ich aber auch schnurstracks zurück, weil mir langsam die Stealth-Boys auch ausgehen. Das hat mich nicht gemerkt, dass die Stealth-Boys auch ausgehen. Jetzt ist es, dass der Stealth-Boys auch aussehen. Also, es geht doch mal. Ich bin sehr glücklich. Oh, ich bin sehr glücklich. Oh, ich bin sehr glücklich.